Viele haben Angst vor dem BGE, aber interessanterweise sind wir darauf auf dem Weg aus dem Industriezeitalter der Vergangenheit, wo jeder am Band stand oder viele in eine Informationsgesellschaft. Und gerade dort braucht man etwas, um abschalten zu können, Möglichkeiten zu haben, in diesem ganzen neuen System überleben zu können. Ohne dass man gezwungen wird, für irgendjemand einen Knochenjob zu machen.